Also im Grunde genommen war seine Idee des Vergleichs mit Toni gar nicht so verkehrt, nur dass er das nicht ist. Er hat keinen Spielwitz, er hat keine Spielintelligenz, er liest das Spiel noch nicht einmal. Ich glaube, Robert Habeck versteht noch nicht einmal, warum er auf dem Platz steht. Und inwieweit er auch nicht in der Lage ist, Verständnis aufzubringen für die großen Zusammenhänge, die so wichtig wären, wer mit ihm noch auf dem Platz steht, dass man den Gegner richtig einschätzt und die Spielzüge auch des Gegners liest und es abgleicht mit den eigenen Möglichkeiten, das, was ihn auszeichnen würde. Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über Robert, ich bin die hängende Spitze Habeck. Ja, er selbst verortet sich wahrscheinlich in der Politik zwischen dem, was auf dem Traumschiff Sascha Hehn und jetzt Florian Silbereisen ist. Irgendwie ist er so der Liebling der Frauen jenseits der 40, jener knuffelige Bär, dem Wind der Ostsee durch die Haare weht und der sich dann genüsslich zurücklehnt, das Hemd offen und sich den schmachtenden Blicken seiner Fanbase aussetzt. Ich warte noch auf den Augenblick, wenn er auf den Stufen des Deutschen Reichstags steht, die Hände zum Gruß ausgebreitet und unten jubelt ihm die Menge seiner weiblichen Jünger hultvoll zu. Ja, ich glaube, so sieht er sich selber, unser Vizekanzler, unser Wirtschaftsminister, unser Fußballexperte. Und damit wären wir schon beim Thema, denn wir befinden uns immer noch mitten im Eurofieber. Die Europameisterschaft ist am Laufen, für die deutsche Fußballnationalmannschaft läuft es auch ganz gut. Grund genug, dass sich Robert Habeck ebenfalls als Fußballfan outet, inszeniert und dementsprechende Fotos auch auf TikTok, dem jugendlichsten aller Social-Media-Kanäle, präsentiert. Ja, Robert hat ein Gespür dafür, wie man Menschen mitreißen kann. Er surft als Kinderbuchautor auch auf der deutschen Sprache entlang, wie einer jener braungebrannten Brandungsjünger. Ja, das kann er. Und bleiben wir doch mal beim Fußball. Und das ist eine Sache, die ist deswegen so wichtig, weil ihm wird ja oft vorgeworfen, dass er mit der deutschen Sprache sehr vollmundig, aber weniger inhaltsschwanger umgeht, dass ihm der Klang der Worte wichtiger ist als deren Inhalt und dass ihm eins fehlt, was primär wichtig wäre, wenn man ein so hohes Amt bekleidet, nämlich Fachkompetenz. Dass er von dem, was er sagt, relativ wenig Ahnung habe. Nun hat ihn genau dieser Vorruf ja im Bereich der Wirtschaft schon mehrfach getroffen und er ist auch jedes Mal mit beiden Beinen mit Anlauf genau in das Fettnäpfchen gesprungen, das man ihm vorher hingestellt hat. Treffsicher, präzise, auf den Punkt hat er zur Schau gestellt, dass ihm die Grundlagen der Betriebswirtschaft ebenso fremd sind wie die der Volkswirtschaft. Aber was will man von einem Doktor der Philosophie auch anderes erwarten? Er fabuliert und das tut er jetzt auch über Fußball. Er hat einen Satz von sich gegeben vor den Vertretern des BDI auf dem Deutschen Tag der Industrie, also im Grunde genommen vor seiner Kernklientel, wenn man so will, also nicht seinen weiblichen Fans, sondern unter den hartgesottenen Vertretern der Industrie. Und da wollte er punkten mit dem, womit man bei Männern punkten kann mit Fußball, denn er verglich sich selber mit Toni Kroos, unserem neuen Spielmacher. Nun sagte aber Robert Habeck dazu, dass er so sei wie Toni Kroos mit der Nummer 10, dass er so die hängende Spitze sei. Nun, das ist ein Satz, der aber zeigt, wie weit er von dem Geschehen auf dem grünen Rasen, denn das ist das Einzige, was man offensichtlich gemeinsam hat, dass man die Farbe grün irgendwie in Sinnzusammenhang bringt. Also zunächst einmal kann man darüber streiten, unser Heilsbringer im Fußball heißt zwar mit Vornamen Toni, aber hinten raus Kroos, K-R-O-O-S, nicht groß wie klein. Das ist aber nur rein formal, das kann ein phonetisches Hoppala sein, aber kommen wir auf das, was er dann so mit reingestreut hat, so als ich bin ja einer von euch, ich kenne mich mit dem Fußball ja aus. Also zunächst einmal, was offensichtlich ist, das seht ihr hier, unser guter Toni trägt die Rücken Nummer 8, 8, nicht 10. Und er ist auch keine hängende Spitze. Wobei, hängende Spitze, da sind wir ganz nah bei Robert Habeck, weil eine hängende Spitze ist jetzt kein falscher 50er, aber eine falsche 9, wenn wir bei den taktischen Ausrichtungen einer Mannschaft sind. Das heißt, es ist weder Stürmer noch Mittelfeldspieler. Also es ist irgendwo zwischen ganz, ganz vorne und sehr offensiv, aber dahinter. Also ganz weit vorne wäre Sturm. Warum ich das sage? Da sieht er sich ja. Er sieht sich als der Macher. Er sieht sich als der Stürmer. Und als hängende Spitze ist es so, dann setzt er die anderen in Szene, das ist das Alibi vor sich selber, auch wenn ich nicht unbedingt hier jetzt Kanzler, sondern Vizekanzler bin. Auch wenn ich in unserer Partei nicht das Sagen habe, sondern mir Annalena regelmäßig zu verstehen gibt, ich bin der Typ für die Rinder und die Schweine und sie die fürs Völkerrecht. Also im Grunde genommen meinte er das wohl mit hängender Spitze. Aber auch das trifft nicht zu. Denn wer sich ein bisschen mit unserem Fußball auskennt, der weiß, Toni Kroos ist nicht hängende Spitze. Nein, er ist im Mittelfeld. Er ist im Grunde genommen einer unserer Doppel-Sechs. Hoppala, was heißt denn das? Na ganz einfach, er ist der offensivere Ausgerichtete vor der Abwehr. Er ist neben Antrich gesetzt als der, der die Bälle verteilt, aber nicht der, der die Tore schießt. Er wäre derjenige, der die Übersicht hat, was sich vor ihm tut, wen ich in Szene setzen muss und wie ich ein Spiel aufbauen kann. Seine Pässe dienen dazu, dass sich Dinge entwickeln. Dazu gehört Spielintelligenz. Dazu gehört auch ein Antipizieren der Bewegungen auf dem Feld. Also im Grunde genommen war seine Idee des Vergleichs mit Toni gar nicht so verkehrt. Nur, dass er das nicht ist. Er hat keinen Spielwitz. Er hat keine Spielintelligenz. Er liest das Spiel noch nicht einmal. Ich glaube, Robert Habeck versteht noch nicht einmal, warum er auf dem Platz steht. Und inwieweit er auch nicht in der Lage ist, Verständnis aufzubringen für die großen Zusammenhänge, die so wichtig wären, wer mit ihm noch auf dem Platz steht, dass man den Gegner richtig einschätzt und die Spielzüge auch des Gegners liest und es abgleicht mit den eigenen Möglichkeiten. Das, was ihn auszeichnen würde. Auf der Doppel-Sechs. Ja, das hat sich gezeigt auf seiner China-Reise. Denn im Flieger hat er auch sein Zehner-Libal angehabt und wollte mit den Wirtschaftsgrößen aus Deutschland, die ihn begleitet haben auf dieser Reise, wollte man das Fußballspiel gucken. Deutschland, Ungarn. Wäre eine nette Geste gewesen. Wir im Flieger, dem deutschen Regierungsflieger, wie man das aus den Filmen kennt in der Air Force One. Und vorweg Robert Habeck mit seinem Zehner-Libal. Und man schaut gemeinsam dann das Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die Magiaren und hätte einen Sieg der Deutschen gesehen. 2 zu 0. Zwei tolle Tore. Hat man nicht. Denn die Deutschen haben noch nicht einmal das Signal fürs Internet bekommen in ihren Flieger. Jetzt muss man eines überlegen. Diese Flieger sind normalerweise fliegende Festungen und sollten dazu gedacht sein, sollte es am Boden zu Konflikten kommen, dass sich unsere Regierung mit genau diesen Fliegern im Himmel bewegt, um von hier aus die Geschicke Deutschlands zu lenken. Und wenn man noch nicht einmal ein Internet-Signal so einfangen kann, dass es reicht, um ein Fußballspiel gemeinsam zu gucken, ist das schon bitter. Wenn man aber dann in einem Interview über seine Partner in China sagt, dass man dahin geht, um die an seinem eigenen Know-how partifizieren zu lassen, also mit anderen Worten, das kleine Deutschland will dem großen China sagen, wo es lang geht, dann hat das mit Spiellesen nichts zu tun. Dann hat das mit Spielverständnis nichts zu tun. Dann hat das damit zu tun, dass man noch nicht einmal weiß, für was für ein Spiel man hier auf dem Platz steht. Das gibt mir viel, viel mehr zu bedenken, dass unsere hängende Spitze in dem Fall im Grunde genommen eine völlige Fehlbesetzung ist. Und im Fußball ist es sehr oft so. Solltest du die in dich gesetzten Erwartungen nicht bringen, dann macht der Trainer eins, er wechselt dich aus. Ja, das Problem ist nur, dass wir auch auf der Position jemanden haben, der dringend mal in die Schule eines Klopp oder eines Rangnick gehen sollte oder sich Nachhilfe holt bei Julian Nagelsmann. Denn unser Bundestrainer bringt im Moment mehr Qualitäten auf dem Platz als unser Bundeskanzler. In diesem Sinne, ihr hört von mir, das ist keine Drohung, das ist ein Versprechen. Schau von now, euer Chris. Habitat Lebensraum Deutschland Klare Kante Weil wir hier zu Hause sind.